Willkommen liebe Leute zum neuen Video auf meinem Kanal. Dies ist das Video zum 21. Spieltag. Meine Bundesliga-Prognose und außerdem mein 600. YouTube-Video. Entschuldige, wenn ich jetzt zu schnell spreche, aber ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz und muss das Video halt so kurz wie möglich machen. Deswegen legen wir auch sofort los mit dem ersten Spiel. Hertha gegen Bochum. Nach einer Woche Pause geht es wieder weiter und ich traue den Bochummann heute in dieser Partie einiges zu. Deswegen würde ich mal sagen, Bochum gewinnt 2 zu 1. Hertha finde ich jetzt nicht so stark in letzter Zeit. Dann haben wir morgen Augsburg gegen Union. Das macht natürlich ganz klar Union aus meiner Sicht. Und dann sage ich, ach komm, sage ich 3 zu 0 machen die Unioner das. Die sind ja momentan auf dem Champions League-Klasse, also letztes Jahr. Oder die spielen vielleicht ja noch UEFA Conference League. Vielleicht können die ja nächste Saison ja schon Champions League spielen, wenn die diese Position halten können. Aber bislang sind sie richtig stark unterwegs. Dann haben wir Mainz gegen Hoffenheim. Das wird, denke ich mal, ein torreiches Spiel. Und dann sage ich, das gewinnt Mainz mit 3 zu 2. Dann haben wir Bielefeld gegen Gladbach. Ja, beide momentan nicht auf dem Abstiegsplatz. Also Bielefeld hat sich davon jetzt lange Zeit loslösen können. Sind es momentan 14. Gladbach 12. Und ich denke, das macht Gladbach. Und mein Tipp ist ein 3 zu 1. Köln gegen Freiburg. War ich auch mir nicht wirklich sicher, was ich da tippen soll. Auf Unentschieden oder einen Sieg. Und ich würde dann eher sagen, das macht Freiburg. Und da tippe ich mal ein 2 zu 1 für Freiburg. Ich habe in den letzten beiden Spieltagen immer viele Punkte in der Tipprunde abräumen können. Und das war immer passend. Zum Beispiel beim Spiel Union-Hoffenheim haben alle für Hoffenheim gestimmt. Ich als einziger für Union und sogar noch richtig getippt. Hat mir 4 Punkte eingebracht. Dann vor der Pause Fürth gegen Mainz. Alle waren für Mainz. Ich war für Fürth. Und habe da auch richtig getippt und 4 Punkte abgeräumt. Und jetzt hier bei Bochum-Hertha gehe ich ein bisschen Risiko ein. Und Freiburg-Köln vielleicht auch. Aber das ist jetzt halt mein Tipp. Stuttgart. Abstiegskandidat gegen Frankfurt. Der ja noch Chancen auf noch mögliche Qualifikationen für Europa League hat. Aber das machen die Frankfurter auf jeden Fall. Und da sage ich 3 zu 0. Dann das Topspiel schlechthin. Bayern gegen Leipzig. Mein Tipp. Ein knappes 3 zu 2 Ding. Von den Plätzen her sind sie nicht so nah beieinander. Das sind eher Dortmund gegen Leverkusen. Der zweite gegen den dritten. Auch ein richtiges Topspiel. Letztes, so in der Hinrunde, ging das 3 zu 4 aus Leverkusener Sicht aus. Dieses Mal machten es die Dortmunder 4 zu 2. Beide Teams, sowohl Dortmund als auch Leverkusen, stark unterwegs. Ja und dann haben wir ein Abstiegs-Duell. Wolfsburg gegen Fürth. Wolfsburger seit 8 oder 9 Spielen, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall lange kein Bundesliga-Spiel mehr bewohnt. Bringen jetzt Richtung Abstiegs-Plätze zu. Während Fürth jetzt mittlerweile in der Bundesliga angekommen ist und jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen ist. Aber ich tippe da jetzt mal für Wolfsburg, aber nur 3 zu 1. Und wenn die das echt nicht machen, die Wolfsburger, dann weiß ich nicht, was mit Wolfsburg momentan nicht stimmt. So, das sind meine Tipps. Wie gesagt, 600. YouTube-Video. Entschuldige, dass ich es so kurz halten muss, aber ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz. Deswegen muss ich jetzt sofort hier an dieser Stelle das Video beenden. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss und ciao und auf Wiedersehen.